Moin Moin, ein paar Worte von mir zu der Drohne. Das ist die Fernbedienung, mit der man das ganze steuert. Die schaltet man einfach nur ein. Das kann man hier in der Stelle schon mal tun. Da blinkt das Ganze und sucht. Die Drohne habe ich hier schon mal ausgeklappt. Die Flügel sind so in sich, ja gelenkig. Die können wir einfach so raus tun. Und ja, ich werde es jetzt einmal ganz kurz hier in einer Wohnung machen. Sollte man grundsätzlich nicht. Aber einfach nur der Einfachzeit halber. Das Ganze starten wir dann. Dann blinkt das hier auch. Und wir koppeln das anschließend. Und haben dann im Prinzip hier unsere Verbindung hergestellt. So, jetzt haben wir die Rotoren gestartet. Und können dann einfach hier mit dem Ganzen einfach losfliegen. Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht schief mit einer Hand. Das Potenzial ist natürlich gegeben. Wir wollen jetzt hier auf Abheben drücken. So, und wieder landen. So, also wir können dann einfach hochfliegen. Das haben wir jetzt gesehen. So, so geht's hoch. Und wir gehen mal direkt wieder runter. So. Ja, mit einer Hand ist es nicht so optimal. Aber es funktioniert ohne Probleme. So.